willkommen zu der folge zu der folge 3 und ich greife ja hier mal an vertrieben oh nein da komme ich an die die ersten bogen zeugs also die ersten nicht die ersten aber die form nein nicht von letztlich ich weiß doch nicht was ich rede also das schafft man in 100 prozent sogar kommen geht auf den weil der schießt der erstmal auf uns der nervt vertrieben 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 ja 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 wir haben es geschafft ja geil noch ein paar medaillen medaillen vertrieben 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 so jetzt muss man muss nicht die folge beschreibung gehen jetzt mal schnell dann auf dem pc 002 warte mal keine chance so keine chance nein warte mal jetzt komme ich gerade so jetzt müssen wir nur auf diese langweiligen tropen warten ja dann hier noch schauen 40 gleich bei 40 doch gar so 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 warte mal mal schauen wir noch ein paar kämpfern von meinem sache der ton habe ich ja ganz vergessen vergessen in keine da kann man langsam so langsam aber bei Clash Royale ist das auch so aber bei Clash of Clans eben nicht da bin ich etwas falsch gemacht ich Idiot oder wie der ist oder nein da ist gut angegriffen hier gut angegriffen gut angegriffen gut angegriffen gut angegriffen gut angegriffen gut angegriffen so so habe ich es geschafft gehabt ja so jetzt zack 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 noch mal anschauen da hab ich noch agierte gesetzt da halt ne bombe oder so wie er es nennen wird dann nicht oder ja bringt ja viel oder ja gut innen vielleicht ja wieso laufen denn die immer rein so dann schießen die beide noch auf das Hauptquartier oder Wathaus ja Hauptquartier ja 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 ich mal tschüss bis zum nächsten mal beden tschüss ja